Die Entwicklung der Rechnungsleistungen hat dafür gesorgt, dass verbesserte Algorithmen und größere Schlüssel in PKIen eingeführt werden mussten. Beispiele sind der Wechsel von RSA zu RSA-PSS oder die Vergrößerung der RSA-Schlüssellängen. Die Einführung von ECDSA wurde wesentlich durch Small und Embedded Devices gefördert und teilweise sogar erzwungen. Änderungen einer PKI stellen einen hohen Aufwand für den Betreiber und Nutzer der PKI dar. Kryptoagilität und agile PKIen sind daher für zukünftige Prozesse der Betreiber unverzichtbar. Ein wesentlicher Treiber dafür ist auch die Entwicklung im Bereich Quantencomputing. Künftige Quantencomputer haben das Potenzial, die heute verwendeten asymmetrischen Algorithmen wirkungslos zu machen. Organisationen wie das NIST, das BSI oder die chinesische CACR haben bereits erste Nachfolgekandidaten für die aktuellen asymmetrischen Algorithmen bekannt gegeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, derzeitig vermeiden alle die Aussage, dass es einen einzelnen Nachfolger geben wird. Die Anforderungen, Performant, kleine Schlüssel, kleine Signaturen, flexible Nutzung und erprobte mathematische Grundlagen erfüllt keiner der aktuellen Kandidaten. Daher gehen wir davon aus, dass es mehrere Nachfolger geben wird. Die meisten Kandidaten sind relativ jung, dennoch wird man die neuen Algorithmen einführen müssen. So liegt die Frage nahe, ob man durch hybride Lösungen, der Kombination dieser Algorithmen, Lösungen finden kann, die robust gegen alle möglichen Angriffe sind. Für Zertifikate und Sperrlisten definiert der X509-Standard zusätzliche Extensions. Dieser Ansatz soll das Problem der Abwärtskompatibilität lösen. Aus unserer Sicht ist die isolierte Einführung alternativer Algorithmen in Zertifikaten und Sperrlisten für Betreiber offener PKI nicht ausreichend, da zum Beispiel das Zertifikatsmanagement fehlt. Am kritischsten sehen wir jedoch die Aussage, dass die Zertifikatsgültigkeit je nach Algorithmenunterstützung der verwendeten Software geprüft werden soll. Dies führt zu unterschiedlichen Verifikationsergebnissen je nach verwendeter Software. Eine Nutzung als qualifizierte Zertifikate nach EIDAS ist so nicht mehr möglich. Trotz dieser vielversprechenden Ansätze wird man also derzeitig auf das Aufsetzen paralleler PKI zurückgreifen müssen. Das Betreiben paralleler PKI ist leider für Betreiber und für Nutzer sehr aufwendig, aber mit den existierenden Standards gut beschrieben und aufgrund der langen Erfahrung und vorhandenen Standards weniger fehleranfällig. Ein Intelligent Composed Algorithm, oder kurz ICA, beschreibt eine flexible Gruppe von Algorithmen und Regeln für ihre Kombination. ICAs können mit den bisher diskutierten PKI-Modellen wie Hybrider und Paralleler PKI verwendet und in ASN1 beschrieben werden. Übergeordnete Standards für Anwendungen und Protokolle sind nicht betroffen. ICAs setzen sich aus zwei Teilen zusammen, den Component Algorithms, also den eigentlichen kryptografischen Algorithmen und den Controlling Algorithms. Die Controlling Algorithms steuern hierbei die Verwendung dieser Algorithmen in einem ICA. ICAs entstanden mit dem Ziel, durch Kombination bekannter Algorithmen stärkere Mechanismen zu erhalten und zu verhindern, dass Standards wie X509 oder CMS nur deshalb geändert werden müssen, weil Agilität bei den Algorithmen erreicht werden soll. Die Veränderung der heutigen PKI-Standards würde enorme Anstrengungen erzeugen. Sie erlauben ein großes Maß an Kryptoagilität, zum Beispiel beim Einführen neuer und beim Ausphasen veralteter Algorithmen, ohne den durchgehenden Betrieb zu vergefährden. ICAs sollen nicht als Werkzeug zur Migration zu anderen Algorithmen dienen, sondern sie sind ein Mittel, um kryptografisch agile Systeme aufzubauen. Ein ICA wird, wie üblich, eindeutig in ASN1 bezeichnet und entsprechend RFC 5280 als durch einen Object Identifier und seine Parameter definiert und passt so in alle ASN1 spezifizierten kryptografischen Strukturen. Am X509 Zertifikat und seiner Benutzung ändert sich durch ICAs nichts gegenüber den bekannten kryptografischen Algorithmen. Andere Strukturen mit kryptografischen Elementen funktionieren analog, zum Beispiel Sperrlisten, CMS, OCSP oder auch Signaturen in Reisepässen. Überall, wo kryptografische Algorithmen mit der in RFC 5280 gegebenen Definitionen von Algorithm Identifiern benutzt werden können, können auch ICAs benutzt werden. Der Controlling Algorithm definiert Syntax und Regeln, wie bekannte Algorithmen zu kombinieren sind. Weiterhin sind Parameter definiert. Die Parameter sind dann die Component Algorithms, die durch den Controlling Algorithm kombiniert werden und beschreiben, wie die Schlüssel des Algorithmus aussehen sollen. Die Schlüsselerzeugung ist genauso einfach. Es werden die Schlüssel aller Component Algorithms erzeugt und durch Konkatenation in der benannten Reihenfolge zum Schlüssel des ICA zusammengesetzt. Je nach Anwendungsbereich sind für die Controlling Algorithms die folgenden Festlegungen getroffen. Bei digitaler Signatur, Signaturerzeugung und Verifikation, Format der Signatur. Bei Verschlüsselung, Ver- und Entschlüsselungsprozess, Format des Cyphertexts. Bei Schlüsselvereinbarung, Ablauf der Schlüsselvereinbarung und Format des Shared Secret. Für die Verwendung von ICAs müssen nur die Controlling Algorithms neu implementiert werden. Die Component Algorithms, seien es nun RSA, ECDSA, ECDH oder neue quantensichere Algorithmen sind meist schon implementiert. Controlling Algorithms beruhen auf einfachen, arithmetischen und logischen Operationen und sind daher leicht zu implementieren. Es werden keine kryptographischen tiefen Kenntnisse benötigt. Sind die wichtigsten ICAs erst einmal in einer PKI ausgerollt, ergeben sich viele Vorteile. Selbst ohne die Einführung neuer kryptographischer Algorithmen können flexiblere und sicherere Lösungen durch Kombinationen von bekannten Algorithmen gefunden werden. Die Einführung neuer kryptographischer Algorithmen in eine PKI wird deutlich erleichtert, denn es muss keine gleichzeitige Umstellung aller PKI-Teilnehmer geben. Diese asynchrone Einführung neuer Algorithmen ist so lange möglich, wie Controlling Algorithms mit oder Konstruktion verwendet werden, zum Beispiel Signature or Signature K of N. Auch beim Ausphasen veralteter Algorithmen ist ein asynchrones Vorgehen möglich. Sobald eine CA einen Algorithmus für nicht mehr vertrauenswürdig einschätzt, werden neue Zertifikate ohne diesen Algorithmus ausgegeben. Wenn Teilnehmer einen Algorithmus nicht mehr akzeptieren wollen, können sie ihre Systeme problemlos anpassen. ICAs erlauben in der Nutzung eine weitere Option. Da für Signaturen, Verschlüsselung und Schlüsselvereinbarung in der Regel mehrere Algorithmen zur Verfügung stehen, können individuelle Policies die Benutzung bestimmter Algorithmen vorgeben, ohne die Kommunikation mit Partnern zu zerstören.